Moin, was geht? Es gibt ein Update zu der Map von heute Morgen, die will ich euch ganz kurz zeigen. Der Inselcode lautet 2-2, 2-7, 9-7, 3-5, 2-0, 5-0, ja ihr kennt das Spiel, einfach als privates Match wieder starten, wir skippen hier die Wartezeit mal schnell, dann wieder vorne ins Terminal ran, dann den nächsten Inselcode eingeben, der lautet 7-3, 8-8, 0-4, 6-0, 2-6, 0-8, dann das Ganze starten. Da wird wieder ein kleiner Moment, aber ja, es gibt mir die Zeit, beziehungsweise die Ladezeit. So, wenn ihr dann hier seid, müsst ihr einmal dort hinten, genau in die Ecke rein. So, dann seid ihr wieder hier, müsst die 15 Minuten warten, das skippen wir auch wieder. Dann könnt ihr den Code eingeben, der lautet 3-3-7. Bestätigen, dann die AFK-XP starten. Dann hier auf der linken Kacheln ein Emote machen, dann lag gerade auslaufen und der Button sollte da sein. Genau, dann seid ihr wieder hier auf der Map und ihr killt den ersten Bot. Wartet dann kurz, bis die ganzen Ecke gut beschrieben sind. Dann killt ihr den zweiten Bot. Easy. Dann sammeln wir die drei Punkte ein. Okay. 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 Boom. so, hier der letzte Punkt und dann finden wir den Button, um auf die nächste Map zu kommen oben auf dem Dach von der Scheune hier oh, und da habe ich vier Level gemacht, das ging schnell dann wieder hier einfach alles einsammeln ja, und jetzt könnt ihr hier quasi noch weitere EP sammeln bis ihr irgendwann keine mehr bekommt ungefähr 400.000 Punkte sind so das Limit pro Tag vier bis fünf Level pro Tag mehr dürfte eigentlich nicht gehen ja, ihr könnt ja gucken, was so geht meine Fehler, glaube ich, eben gerade bekommen und wie ihr seht, trotzdem noch ja, nicht viel, aber es kommt trotzdem noch EP dazu von daher, hoffe ich konntet ihr ein paar Level machen und ansonsten, bis morgen, bis zur nächsten Map ciao, ciao